hallo hier ist martin von meine manke ist dass die dachsanalyse für montag den 9.01.2023 und unser dachse hat am freitag ordentliche kunststückchen hingelegt der hat sich erstmal aufgestimmt dann noch mal kurz unten bauchplatscher hingelegt und dann sich doch oben rausgedrückt bekommen das dürfte nicht irrtem geschmeckt haben denn es war etwas schwer zu greifen auch wenn wir die analyse vom für den freitag betrachten was wir gesagt haben war das so sinngemäß über 500 würde der dax bestimmt 600 und 670 auch erreichen um die stops herauszunehmen aber man sollte eben vorsichtig sein wenn er unter 450 abtaucht weil das eben auch den raum nach unten aufmacht so dann waren wir zuerst über der 500 das heißt da hat bestimmt schon die ersten long reingezogen die hat es einmal unten ausgeschaut mit dem neuen tief andere short reingezogen weil schön unten rausgezogen hat unten herangelegt hat sehr dynamisch gefallen ist da hat vieles gepasst was man ich sag mal als rechtfertigung auch für einen short tatsächlich auch eben bräuchte na also das war jetzt keine schlechte situation um unten rauszukommen wer da als short gegangen ist sollte sich deswegen da auch nicht unbedingt ärgern und in selbstkritik auspeitschen denn das sah wirklich gut aus also aufwärts gap abverkaufen genauso fängt es eigentlich an wenn unser dax halt mal auch wieder länger zurückstellt und aber das hat er dann eben nicht getan hat unten quasi eine bärenfalle gestellt hat im grunde genommen die shorts einmal dann wieder ausgedreht ausgespuckt und um rausgehauen und dann jetzt eben auch die 670 hier oben drüber gelegt und hier ein neues hochgesetzt über dem letzten damit auch definitiv ein paar stopps bereinigt aber der großteil stopps dürfte höher liegen noch im bereich um 800 und deswegen sehr sehr interessant wie unser dax jetzt in der neuen woche reingeht wenn wir uns auf target chart ebene angucken wie viel bewegungspotenzial denn diese bewegungswelle haben kann kann man hier festhalten dass es zwei möglichkeiten gibt die eine möglichkeit dass wir haben seit diesem hoch an korrekturmuster zur seite laufen was jetzt so ablaufen könnte dass er von hier quasi runter stellt hier hoch doppelt top bildet und wieder zurück prallt und wieder bis komplett unten durch läuft und die ganzen drei gaps zu macht die hier stehen lassen hat das wäre eine variante da dürfte aber nicht viel mehr oben raus zimmern also noch einen grünen kerzenschluss höher dürfte eigentlich auf tagesebene springen er dürfte aber jetzt hier noch einmal oben raus stechen dass das wäre auch jetzt schlimm wenn der 700 oder meinetwegen sogar 800 an reist und er macht dann tages schluss aber unterhalb von 650 wäre das trotzdem als doppeltopp zu verstehen und könnte in der folge dann auch wieder bis zu uns zurückstrahlen also dynamisch wie er hier aber hoch kommt muss man auch darüber nachdenken dass das eine trend fortsetzung sein kann und die müsste sich zwangsweise an der bewegungswelle orientieren ja an der hier das heißt das wäre der maßschar für die neue bewegungswelle und da sieht man schon was das an potenzial eigentlich auch auf der oberseite freisetzen kann na also dieses neue hoch im dezember wenn man das jetzt hier mal so ich würde ich würde trotzdem die 700 mal anrechnen ich weiß dass das jetzt ein bisschen trick 17 aber ich würde hier tatsächlich mit der 700 arbeiten wollen weil das wie soll ich das erklären das war so schwierig ist eigentlich nicht zu erklären wir hatten als an den tagen gesagt dass es dass wir nicht wissen ob dem markt reicht dass er in der in der nacht in der im future an der 700 war außerbörsig an der 700 war oder ob es nicht reicht und er das noch mal nachbilden muss wir hatten gesagt wenn es ihm reicht dann wird er sich von der 700 schon richtig groß nach oben weg stoßen und das das haben wir er ist ja nicht noch mal unten gewesen und von daher würde ich auch mit der 700 hier in der in der bewegungsberechnung arbeiten weil es offenbar eben dem markt gereicht hat so und wenn ich jetzt wartet mal was macht er denn jetzt hier ich will bloß die anderen mit rein haben so wir haben 05 wir haben 0 das haben wir hier ein bisschen dass man das sehen so setzen wir das mal rein und damit sehen wir wir haben jetzt hier bewegungsziele bei 4 4 4 7 entschuldigung 14.775 14.800 der 15.100 und 15.435 also wenn der markt tatsächlich in die trend fortsetzung geht wird er an den bereichen jetzt hier zocken ja und das heißt wird die bewegungsbereiche anlaufen das ist die 7 75 bis 800 das ist die 15 100 und das ist die 15.435 so wird es ran ziehen dass wir die nächsten bewegungsziele wenn der trend fortsetzung spielt und dann muss man auch klar sagen sind das zwischenziele ja denn wenn er dax die welle austreibt und so eine wo man noch mal nach oben weg stellt hätte er sogar platz bis 90 als hätte hoch das muss man so aussprechen wie es ist denn das ist charttechnik ja das ist er bewegt sich ersetzt mit dem neuen hoch die option einer trend fortsetzung der markt orientiert sich immer an der vorherigen bewegungswelle da haben wir nur eine das können wir nicht falsch analysieren es ist nur die da die wir hier als als maßstab anlegen können ihr seht selber vom umfang die hat ein paar tausend punkte umfang und das wäre dann quasi seine nächste sein nächstes bewegungs target wenn er denn tatsächlich durchzieht und wir müssen müssen es auch so offen sagen wir sind jetzt bei 14.600 also da ist es jahrestief vom vorjahr weiter weg als neue seilzeit hoch das muss man auch sagen ich persönlich würde aber erwarten dass er erst mal wenn er das wirklich macht in die 15 100 reinläuft also mein negativ szenario für den für die kommende woche wäre dass wir vom start weg frühestens vielleicht noch neun ohren hochsetzen oder ein aufwärts gelb was wir abverkaufen und eine rote tageskarte stellen das wäre für mich negativ szenario dann würde der noch mal zurück laufen hier unten und dann muss ich entscheiden ob hier rein oder hier unten rein das ist mein negativ szenario oder positiv szenario ist er drückt sich einfach oben durch geht in die 7 75 800 macht nur flach zur seite und geht dann weiter auf die 15.000 macht von 15.100 erstmal noch mal einen satz zurück und geht dann so im bereich um 15.438 als nächstes und das ist schon innerhalb der nächsten woche erreichbar und deswegen müssen wir drüber gucken guck mal was er hier in der in der eröffnungswoche gemacht hat vom neuen jahr das sind auch gut gut 800 900 punkte gewesen die wir gelaufen sind ja wenn wir die nach oben nehmen dann stehen wir schon bei 14 bei 15.435 genau noch mal so eine woche fast nicht mal weniger sogar ja also das sind auf jeden fall die nächsten stationen auf der oberseite ja 14 7.000 14 775 bis 800 die 15 11 14 15 438 das heißt wenn wir sehen dass der dax über den tag positiv steht nur seitwärts flacken dreiecke spielt würde ich immer er dann erstmal noch auf der oberseite aktiv sein so wie wir das gestern gesagt haben für die 500 ober von 500 kann er in die 670 rein so würde ich jetzt auch angehen und sagen alles was oberhalb von 6 65 passiert kann locker bis 7 75 800 passieren und alles was darüber passiert kann locker noch bis 15.100 gehen einzige ausnahme wo ich wirklich sagen würde obacht und aufpassen wer wenn wir über den morgen eine umkehr reinkriegen und er sich beispielsweise von 14.800 dollar rein dreht weil er kann im grunde bis 14 200 von dort erstmal direkt auch wieder zurück über montag dienstag na das heißt sehen wir hier einen starken start rein oder oder ein aufwärts gap und er verkauft es ab nach unten oder belässt es vielleicht sogar gleich dabei und zieht sich direkt nach unten zeigt schwäche dann würde ich sagen wäre bewegungsziel auf der 14.200 wenn wir wirklich hier jetzt schwach notieren das ist auch eine schöne strecke die kann man bestimmt auch für sich nutzen da muss man dann auch nicht noch abwarten unter 14.400 zeigen wenn der sich jetzt hier schwach zeigt dann 14.200 wäre hier dann entsprechend das bewegungsziel was dann erreichbar wäre und von daher können wir das eigentlich so stehen lassen können das hier zu machen und dann wünsche ich euch viel erfolg am montag und bis morgen